ja und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Wrestle ein ganz neues Let's Play mit mir in dem Senfbomber von VoidLP auf dem Kanal VoidLP und es geht los hier mit einem neuen Spiel bei Wesley, ich freue mich schon lange auf das Projekt und letztendlich ab dem 5. November gibt es das jetzt hier für euch jeden zweiten Tag auf dem Kanal machen wir mal ein neues Spiel so, ich erzähle jetzt mal die Geschichte dieser Typ, den wir gesehen haben hat ein bisschen, ja, wieso man es denn herumgeforscht ausprobiert und so weiter und so fort hat diese Fluoros, nennen die sich, entwickelt diese glibbergen Wasserviecher und die sind halt sehr beliebt vor allen Dingen in der Industrie wenn die halt, sollen die eingesetzt werden zur Produktion und so und als Helfer nur diese Viecher geraten dann außer Kontrolle so habe ich es zumindest verstanden diese Viecher geraten sozusagen machen nur noch Unsinn wie wir hier auf dem letzten Bild mit dem Busfahrer sehen das ist gar kein Busfahrer das ist in der Fabrik auch egal und ja wir müssen jetzt irgendwie das wieder alles in Ordnung bringen was wir verursacht haben und da wird gerade so ein Fluoros gemacht ich habe das Spiel schon angespielt aber nur so ein paar Minuten naja jetzt geht es los hier und jetzt können wir steuern und wir sind dieser oh neuer Protokolleintrag unbeabsichtigte Konsequenzen die Nebeneffekte des Verhaltens meiner Erfindung verblüffen mich immer wieder aufs Neue ich muss meine Ausrüstung holen und in mein Labor zurück bevor dieses Fluoros noch mehr Chaos verursacht und dann bewegen wir uns mal Richtung Labor obwohl das Labor in die andere Richtung ist aber der Fluoros hat uns ausgesperrt deswegen müssen wir uns jetzt beeilen dass wir also dass es da nicht so viel Unsinn anrichtet und dann kommen noch ein paar Fluoros so ach wir kürzen das Ganze ein bisschen ab so oh jetzt jääh ganz viel Wasser das Hauptelement in diesem Spiel und das das da vibriert der Kontrolle also schön das ist nämlich sehr gut gemacht finde ich also das finde ich wirklich Hier vibriert er dann schon heftig. Naja, wollen wir nicht weiter austesten. Wir wollen spielen und nicht hier nur so rumgammeln und langweilen. So, und der rennt jetzt da drauf, hoffentlich. Und ja, grünes Licht. Ab geht's, auf geht's. Durch diese, äh, naja, ich will jetzt nicht Kanalisationen, aber halt durch dieses Gemäuer. So, X, X, loslassen. Oh, da sind wir in einem Wasserpott gelandet, zack. Und das Wasser dreht das Rad an. So, jetzt sollen wir mal gucken, hier ist zu. Darunter ist ein Schalter, den betätigen wir mal einfach. Zack. Komm, Flora, komm, Flora. So, und der macht uns das Tor auf. Und wir, was machen wir hier mit? Wir können das Ding da bewegen. Ah, okay. Gut, dann geht's wieder runter. Da können wir nicht hinterher, das ist das Abwasser sozusagen. Das sind die Abflü- Mh. Das sind die Abflüsse. Fallschale gibt's zum Glück nicht. Und wir haben grad das Ding aktiviert. Da muss ich nämlich nur dran ziehen. Naja. Und warten wir mal. Scheiße. Huh. Das war knapp. Boom, boom. Alter, das ist... Naja, wir wollen weiter. Wollen hier nicht unsere Zeit verschwenden. So, weiter geht's. Durch das... Hui. So, was müssen wir hier machen? Er hat uns das Tor verschlossen. Also wir müssen da runterkriegen. Was ist das? Ah, ich ahne Böses. So, wunderbar. So, und jetzt hat uns... Also diese Viecher gehen sehr leicht kaputt, wie wir sehen. Also das ist halt nur so wie so eine Seifenblase praktisch. Nicht so ganz empfindlich. Aber wenn man da jetzt gegenkommt, dann gehen diese Fluoros praktisch kaputt. Und... Grün, Rot. Grün. So. Nanananananananananana. Nicht aus. Warum auch immer. Hui. Zack, das ist kein Problem. Auch kein Problem. Zack. Nicht aus. Und weiter geht's durch die drei... und aus dem offenen Ui Ui Alter das ist praktisch dass kein Falschhangeb so unterstrahlen den fahren wir mal nach oben würde ich sagen das ist okay so ja ja Hauptsache es ist offen kann da eh nichts passieren hier noch haben wir kein Leben vielleicht kommt er später noch ausgezeichnet die Turbine in diesem Raum ermöglicht mir einen Flore herzustellen der mir helfen wird seit ich Flores erfunden habe wollte sie fast jeder Industriezeuge in Massenproduktion für sich nutzen das hat mir natürlich die Gelder für alle weiteren Experimente verschafft sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön ach da kurbeln wir Wasser raus okay kurbel 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 wir können schon drauf treten aber ich mach noch voll da den Kanister so zack und der Fluro wird gemacht Fluro scheiße ich geh mal lieber raus sonst wird das nichts mit dem Fluro ah ok und geht's weiter also irgendwie der läuft jetzt zum Licht das heißt also der ist da eben zum machen wir mal Licht an ah prima danke Fluro danke 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 dickes danke ups alter das ist voll boom so kann man richtig geil die Leitern hochklettern naja ach warte mal wie war denn das jetzt ach so das Ding da oben dreht das Zahnrad das heißt er muss jetzt mal hier rüber so das Zahnrad dreht sich so rum jetzt muss er hier unten hin da hin und jetzt noch zu guter Letzter hin jetzt stopst er das Ding wieder an und jetzt können wir Glück haben schon durch jawoll und ui ui es geht in die Tiefen dieses ich weiß gar nicht wo das hier spielt irgendwie in der Pampa irgendwo in den Tiefen Minenschächten Amerikas wahrscheinlich ne aber keine Ahnung ich glaub vorhin war ja an der Oberfläche und jetzt sind wir alter fahr fahr und jetzt da sind wir in so ein Häuschen gelatscht und da sind wir dann runtergekommen so zack mhm so nochmal matschen das Ding fahren wir wieder dahin so jetzt machen wir mal Licht an ist offen so oh oh so knapp knapp also knapp war es gar nicht so und jetzt kann es weitergehen mit Beleuchtung diesmal ist es dunkel vorhin war es noch hell vorhin war es noch hell in Minenschacht warum ist es jetzt dunkel eine sehr mysteriöse Frage die zu lösen gilt nein auf jeden Fall sind hier viele Stacheln und so es ist also wir fahren sehr tief würde ich sagen so viel kann man sagen dass es tief ist aber ich weiß nicht das Labor war eigentlich an der Erdoberfläche ich weiß nicht was das jetzt bewirken soll wenn wir hier so weit runterfahren aber das werden wir jetzt mal sehen so ab geht's ui ui aua oh hier ist Ende Ende im Gelände schade weiter geht's hier ja also wir haben vier Lichter da hier links ist oben da oben links da links ist auf jeden Fall ein Schalter der ist rot was passiert wenn wir da dran ziehen ne da wollten wir gar oh dann kann man sich dran hangeln ach da kommt Wasser raus ach und dann können wir Flurus machen gut was passiert hier ach da kommt Wasser und das muss da oben gegen spritzen und dann öffnet sich das Tor ja aha aber dafür müssen die Tore offen sein und für diese Tore die öffnen sich genau durch die da müssen jetzt Flurus draufstecken denke ich mal so jetzt machen wir schnell einen so machen wir schnell einen wieder aber wieso hat der zwei Augen das verstehe ich jetzt nicht naja soll er soll er soll er zwei Augen haben so der springt rüber so hopp machen wir noch einen und dann vierte kommt so gleich so jetzt springen hauptsache sie springe ich da rüber spring so gut jetzt haben wir einen vierten machen wir noch schnell einen fünften oh doch er springt noch rüber so jetzt haben wir eh alles gesaved jetzt müssen wir ja nur noch einen machen dann dürfte die Geschichte eigentlich erledigt sein so der muss nur noch hoch so prima hui ab geht's in den Aufzug ach wir sind die ganze Zeit runter gefahren und jetzt fahren wir wieder hoch ach das ist ja auch gut scheiße Aufzug so wenn wir oben sind dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause es ist ein guter Zeitpunkt um Pause zu machen und damit jetzt ohio bis zum nächsten Part tschüss und auf Wiedersehen Spaß aber trotzdem bis zum Part 2 und wir sehen uns und so und wir sind bei Wessel jetzt jeden zweiten Tag Montag 5.11. geht's los und dann geht's weiter am Mittwoch den 7.11. am Freitag den 9.11. und am Sonntag den 11.11. oder 10.11. oder so irgendwie so ist auch egal auf jeden Fall jeden zweiten Tag Sonntags und Montags also Montags Mittwochs Freitags und Sonntags jede Woche viel Spaß Super Meat Boy immer noch täglich tschüss und auf Wiedersehen und am Sonntag den 10.11. und am Sonntag den 11.11.